Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der NS-Marsch, wir starten jetzt durch, neu mit Ballenpressen. Das gleiche, also Abfahrer, also den Ballenpressen. Und hier ist gleich ein Grün. Automatisch. Das könnte der Grund gewesen sein, warum man noch streiten die Fahrer könnte, vermutlich mal. Ich kann auch die Ballengröße wissen, aber ich will nicht raus. Ich kann auch die Kälte machen. 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 Jetzt gehen wir rein am Arm. Dann werden wir gleich beginnen mit düngen hier sofort. Das heißt sofort die 44 Sekunden gleich bedüngen. Dann kommen wir vorne ran. Dann können wir gleich rüber laufen. Dann können wir den nächsten Paktor gleich nehmen und 1623 hüben. So, ich werde sportlich heute. Ja, heute mache ich die nächste Aufnahmereihe für dich. Am Freitag. Das war die Marschhandel. Und so war die Turing-Warte. Das ist ein neuer Neugier. Dann neue Let's Play. Dann vielleicht noch andere Lächeln. So, die wir jetzt hier. Und dann gehen wir schon mal raus. Das wird ganz bestimmt. So, die wir jetzt hier. Und dann gehen wir schon mal raus. Das wird ganz bestimmt. Das ist ein Fahrzeug, das passt. Und dann werden wir düngen. Gleich können wir dann einmal gemäht. Feuchtig. Aber im Jahr ist es gut, wenn wir gepünkt werden. Ansonsten... Ich glaube nicht. Ansonsten... Ja... Pflügen würde ich noch wohl die Zeit. Ansonsten neue Aufslaut. Dann halt wieder weiter die erste. Die werden wir jetzt Richtung links fahren. 23. Oh, der geht nicht. Ja, ja gut. Der geht jetzt gerade nicht. Okay. Dann gucken wir mal auffeiern, ne? Geht auch. Okay. 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 Wenn wir über den Kopf so reden, dann kann man sich das drücken. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja. Wir müssen hier rechts fahren und drücken. Ja. Ja. Wir müssen hier rechts fahren. Ja. Ja, auch noch ein bisschen. Rasenrin, schau an. Beimal noch. Weiter Ballen fressen. Und halt bald Mais. Jetzt fahren wir nicht rein. Jetzt fahren wir hier rein. Da sind wir hier. Mal schauen, ob ich für den Fahrrad nur 23 im Kurs habe. Da bin ich kein Ziel. Und halt röschen. Dann ... ... 23. Ne. 44 haben wir. Hier sind wir rein. Hier haben wir auch. Ne. 20. 30. 28. 28. Ach hier. Gut, bald wurde. Nur ein. Gut, da geben wir es uns aus. Wo die Pfeile beginnen. Geradeaus. Also den ersten Punkt. Entschuldigung. Ach der weniger Fahrrad, ne? Ja, klar. Das fahren wir ja noch nicht. Okay. Oh. Entschuldigung. Wie läuft es denn? Ja. Wie läuft es denn? Warte auch mal. Warte auch mal. Ja. Warte auch mal. Da geht's. Warte auch mal. Warte auch mal. Ja. Warte auch mal. Warte auch mal. Warte auch mal. Das ist ein Wiener. Ich kann nicht die Kacke sehen, ob ich das? Ja. Ja, das ist gut. So, ich habe einen Leckchen. Malerhäuse. Hier ist der Valtigat. Hier ist der Valtigat. Was soll er anfangen? Okay, jetzt werde ich. Warte, ganz kurz, du kannst nicht fliehen. Ja, das ist alles. So, da haben wir halt so einen... ...genissen vielleicht. Oh, das läuft. Dann müssen wir hier hingehen. Das war der NL vom Team. Alles hat ich gesagt. Dann kann er... ...mal stehen bleiben. Dann gehen wir gleich nach vorne. ...rein und dann... ...bammelstamm. Das fällt mir dann weder bei den Händen oder bei den Hof. Das haben wir jetzt nicht. Das ist ein Polikar. Oh, das war eben gerade nicht. Das hat mich überhaupt geputzt. Nein. Tja, wir haben jetzt... ...und diese ganzen... ...Freibecken. Mit Dach und Bad. Was noch fehlt, ist hier vom Raps. ...und das ist, in dem... ...währen wir... ...habe, wie das Gras fertig ist... ...und vielleicht alles in der Sonne ist. ...und vielleicht alles in der Sonne ist... ...und das ist mal... ...das heißt, wir haben auch... ...gegeben, wie immer... ...und das geht... ...ein Platz hat sich fertig... ...sinds richtig... ...und... 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 ...ich werde allein fahren... ...dick immer... ...und manche Zeit... ...zumindest die Feldränder... ...und das nicht... ...gut welche... ...zumisch sind... ...war das wird... ...ich kann ein bisschen... ...nimmts... ...und das wäre, dass wir... ...und das Gras fertig machen... ...so... ...hier... ...wann mal gucken... ...was gehen wir zusammen... Sollte das so einfalt sein, dass wir ein Fahrt machen? Und dann geht das los, wenn wir aus dem Fallen kommen. Gut, das läuft. Wenn wir aus dem jetzt so 321 fahren, dann wird es die erste Zeit. So, auf gehts. Oh, die Ballen ja hier. Erst müssen die Jungs wieder arbeiten. Ne. Jetzt fahren wir auf dem Leben. Oh, die blöde Ecke. Da haben wir schon ein Fahrzeug, wenn wir reinfangen können. Na, passt. Dann wollen wir ja nehmen. So, das sieht man an. Dann werden wir jetzt die Lage machen. Es läuft Stück für Stück. Dann werden wir abkippen. Von der Mitte anfangen, nach vorne ziehen. Und dann durch. Dann fangen wir mal rechts rum. Ja, lieber so. Das soll es für heute gewesen sein. Ich habe nur was vor. Da sage ich mir nicht mal schütt. Und die Nägel. Von da auch. Dann fangen wir mal dran. Und dann fangen wir mit an. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. Ja. Vielen Dank.